Das Energy Wiesenstudio live aus dem Hofbräufestzelt mit Malte und Anja. Lee, hi, welcome here in the Hofbräufestzelt. Thank you, thank you, good to be here. Es ist sehr interessant, weil der Lee eine Erfindung gemacht hat und diese Erfindung nennt sich, lustigerweise bitte keine Sprüche und nicht lachen, Oktoberfest. Es ist eine Art, naja, Lederhandschuh, den hat er um den Arm, da drin ist eine Geldbörse integriert. Na ja, ich frage ihn mal kurz und lasse ihn nochmal selbst integrieren. Ok, when did you have the idea with the Oktoberfest and what can it do? Well, in 2012, we had the idea for it. We found that while we were drinking the beers, your hand gets a little sore and we had a lot of time searching in our pockets for money. So we decided to do two things here, really. We have support for our hand with an integrated pocket so I can grab my beer and I can pay the beerfrau, the lovely beerfrau, especially in Hofbräu here. And at the same time it's stylish, it looks like Lederhosen. Ok, also die Oktoberfest sieht, wie gesagt, wirklich ein bisschen aus wie so, ja, wie eine Eisenfaust, aber eine ganz coole, wirklich aus Leder, stylisch, hat an der Seite einen integrierten Geldbeutel. Denn sie haben sich gedacht, ok, wir haben immer irgendwann ein bisschen Schmerzen im Handgelenk bekommen und in der Hand. Und sie stabilisiert a, das Handgelenk und b, ist auch noch ein Geldbeutel integriert. So, have you reactions from Bavarians, from people from here, for that already? Well, surprisingly, the reactions from most Bavarians are quite good. And someone sees it, they point at you, what is that, where did you get that, I can love it. And then you've just made another ten friends. Geil, also er hat wirklich gesagt, selbst von Einheimischen bekommt er sehr viel positives Feedback, weil es cool aussieht und doch irgendwie doch eine spannende Idee ist. Und er sagt sofort, ganz viele Leute sprechen ihn an und sagen, ich will's haben und sofort hat man zehn neue Freunde. Ok, where can you get it, how much is it? Also auf www.oktoberfest.com findet man die Dinger für 49 Euro und ich glaube, das lässt sich durchaus ganz gut an. So, especially here for this 2014 Oktoberfest, we are giving away one Oktoberfest, brand new, hot off the presses to Energy Radio. Ja geil, also er hat gerade gesagt, er haut jetzt eine raus für euch, dann ruft doch einfach durch auf der 93 3, 93 3, first come, first serve, hauen wir dann eine schöne Oktoberfest an euch raus, es ist wirklich ein Foto stellen wir euch natürlich auf unsere Facebook-Seite, Energy München 93 3. Ok, let's see, there is no double meaning in the Oktoberfest thing. You get a lot of laughs for that too, right? We do get some of that, that is not intended, but we do have a sense of humor. Yeah, it's a very nice, how do you call it, pun? Yes, it's very nice. It's very punny. Yeah, punny, punny, jetzt haben wir zwei Wortspiele in einem untergebracht. Thank you very much, besorgt euch euer Oktoberfest, thanks for the visit and whatever happens sexually we don't want to know about, ok? Das Energy Wiesnstudio, live aus dem Hofbräufestzelt.